Claudia hat die Moderation gemacht, oder? Claudia heißt sie. Du hast es sehr gut gemacht, du hast es auch schön in das Thema eingeleitet. Wir möchten über das Wirken von Gott nachdenken. Und wie Claudia auch gesagt hat, ich möchte es nochmals sagen, vieles, was Gott wirkt, bleibt uns verborgen, können wir nicht sehen. Und anderes, von dem wir glauben, dass Gott es wirkt, auch unter Christen in christlichen Gemeinden, ist möglicherweise nicht immer auf Gott zurückzuführen. Das erkannte eben schon der weise Salomo, wie wir es gehört haben in Psalm 127, ein Wort des weisen Salomo, wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten seine Erbauer vergebens daran. Hier diesen Vers. Nebenan ein Bild der Schweizer Künstlerin Anita Sieber-Hagenbach, die den 127. Psalm kunstvoll nachgebildet und auch nachgeschrieben hat. Da ist das der ganze Psalm in ihrer Handschrift niedergeschrieben. Und wir sehen hier das Haus mit den Türen und Fenstern und oben den 127. Psalm. Also Gottes Wirken und Bauen unter uns ist absolut entscheidend. Also wo Gott nicht wirkt, wo Gott nicht baut, ist alles, was wir Menschen tun, sei es noch so gut gemeint. Vergebens. Wenn wir also bauen wollen, und ich habe gehört, das betrifft euch als Gemeinde ganz aktuell, tun wir gut daran, über das Wirken von Gott nachzudenken, um nicht schlussendlich vergebens gearbeitet zu haben. Darum Gottes Wirken, darüber wollen wir nachdenken. Und ich möchte auch da vorwegnehmen, nicht in einem umfassenden Sinn. Nicht im Sinn einer systematisch-theologischen Abhandlung, wo wir von 1. Buch Mose, Anfang der Bibel bis am Schluss der Bibeloffenbarung alles durcharbeiten. Also wenn wir heute Morgen über das Wirken Gottes nachdenken, dann nicht umfassend. Es wird nicht alles gesagt, aber einiges. Wir richten unseren Fokus heute Morgen auf einen Bibeltext des Markus-Evangeliums. Es handelt sich um einen Abschnitt, in welchem Markus das Wirken von Jesus in einem zusammenfassenden, geschichtlichen Rahmen darstellt, in einem sogenannten Summarium. Und dabei wollen wir nicht nur einfach ein bisschen mehr wissen über das Wirken von Gott, sondern wir möchten uns fragen, wie Gott in unserem Leben zum Wirken kommt. Also wir lesen miteinander den Textabschnitt aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 3, die Verse 7 bis 12. Jesus entwich mit seinen Jüngern an das Meer, das war der See Genezareth, und eine große Menge aus Galiläa folgte ihm, auch aus Judäa und Jerusalem, aus Idumea und von jenseits des Jordans und aus der Umgebung von Tyrus und Sidon kam eine große Menge zu ihm, da sie von seinen Taten hörten. Und er sagte zu seinen Jüngern, sie sollten ihm ein Boot bereithalten, damit das Volk ihn nicht bedränge. Denn er heilte viele, sodass sie über ihn herfielen, damit sie ihn anrührten, alle, die geplagt waren. Und wenn ihn die unreinen Geister sahen, fielen sie vor ihm nieder und schrien, du bist Gottes Sohn. Und er bedrohte sie hart, dass sie ihn nicht offenbar machten. Was Markus uns da zusammenfassend über Jesus mitteilt, zeigt etwas von Gottes Wirken in dieser Welt. Was lernen wir daraus? Wie kann Gott in unserem Leben wirken? Eine erste Beobachtung des Wirkens Gottes. Gott zieht Menschen zu seinem Sohn Jesus Christus. Es ist schon erstaunlich, Massen von Menschen strömten aus einem riesig großen Einzugsgebiet zu Jesus. Also vom südlichen Idumea bis nach Norden von Tyrus und Sidon waren das gut 280 Kilometer. Und von West bis jenseits des Jordans waren das gleich nochmals 130 Kilometer. Also das ist, wie wenn Menschen aus einem Gebiet von Genf bis Airolo zu uns nach Zürich heute Morgen angereist wären, um hier Jesus zu begegnen. Ist jemand von heute Morgen von Genf hierher gekommen? Also wenn wir das so sehen, und damals stiegen sie nicht in einen Schnellzug, da ging die Reise, ich weiß nicht, vielleicht mit einem Esel oder zu Fuß. Unglaubliche Distanzen. Wenn wir das so sehen, dann können wir sagen, hey Mensch, was läuft da ab? Was geschieht da, wenn Menschen sich aufmachen und große Distanzen überwinden, nur um Jesus zu begegnen? Was läuft da? Wir haben es hier mit einem Phänomen zu tun, das nur erklärbar ist, plausibel ist im Zusammenhang des Wirkens Gottes. Da wo Gott wirkt, da geschieht Unglaubliches. Wir haben vorhin ein Lied gesungen, wenn Gott spricht nur ein Wort, dann steht die Erde still. Das ist so gewaltig. Da verändert sich alles. Wenn Gott wirkt. Jesus machte einmal seinen Zuhörern klar, niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Der Vater, der mich gesandt hat, muss ihn zu mir ziehen. Wenn Menschen auf die Idee kommen, nach Jesus anfangen zu fragen, wenn Menschen anfangen, sich zu bemühen, ihn aufzusuchen, Jesus zu begegnen, dann, weil Gott in ihnen wirkt, weil Gott sie zieht zu Jesus. Er zieht Menschen zu seinem Sohn Jesus Christus. Denn Gott handelt und wirkt in dieser Welt in seinem Sohn und durch seinen Sohn Jesus. Damals wie auch heute. Dabei ist es nicht nur erstaunlich, dass große geografische Distanzen überwunden werden. Wenn Gott Menschen zu Jesus zieht, werden auch ethnische, sprachliche, kulturelle, religiöse, soziale Distanzen und Grenzen unter uns Menschen überwunden. Das ist unglaublich. Alles, was uns Menschen trennt, das überwindet Gott in Jesus. Trennungen, Distanzen, Grenzen werden überwunden. Und man findet sich ein bei Jesus. Ein Wunder. Wirklich ein Wunder des Wirkens Gottes. Wer sieht es? Ich möchte hier fragen, kennst du dieses Wirken auch in deinem Leben? Kennst du dieses Ziehen Gottes? Hin zu Jesus, egal was dich von ihm abhalten will, egal was dich von ihm distanzieren will, immer wieder das Wirken, dass du schlussendlich zu Jesus gehst. Ein zweites, was wir hier über das Wirken von Gott beobachten können, lernen können, Gott lässt Menschen bei Jesus Christus Heilung und Befreiung finden. Wenn Gott Menschen heute noch, also 2000 Jahre, nachdem Christus über diese Erde gelaufen ist, in Palästina wirkte, wenn das Gott heute noch macht, lässt sich weltweit etwas sehr Spannendes beobachten. Und zwar eine ungebrochene Faszination an Jesus. Eine ungebrochene Faszination an Jesus Christus weltweit. Woher kommt diese ungebrochene Faszination an Jesus? Das muss ein Albtraum sein für alle Atheisten, die sich darum bemühen, dass das christliche Zeugnis aus der Öffentlichkeit verschwindet. Die Faszination an Jesus können sie nicht unterbinden. Das hält an, ist nie abgebrochen, das nimmt zu. Fasziniert von Jesus. Die ungebrochene Faszination an Jesus Christus liegt in ihm selbst begründet. Das ist der Punkt. In ihm und durch ihn wird Gottes gute Herrschaft für uns Menschen sichtbar und erfahrbar. Ich sage das, so wird der Himmel hier auf Erden ein Stück weit erfahrbar. Wenn wir hören, wie Jesus damals Kranke geheilt hat, Gebundene befreit hat, Blinde sehend, Taube hörend, Lahme gehend, wie Jesus Sünde, belastende Schuld vergeben hat, Menschen neu gemacht hat, Menschen vergeben hat, Menschen wiederhergestellt hat, aufgebaut hat, ihnen Hoffnung geschenkt hat, dann können wir dieses eine über das Wirken von Gott feststellen, nämlich, dass der Himmel in der Person von Jesus Christus in unsere kaputte, dekadente, lebensfeindliche, gewalttätige, todverfallene Welt hineingebrochen ist. Da kommt etwas hinein, da kommt Leben in die Todverfallenheit dieser Welt. Da kommt Wiederherstellung in eine Welt, die völlig aus dem Ruder läuft. Himmel auf Erden. Ein Stück kommt vom Himmel in diese Erde. In Jesus ist das Reich Gottes, sein gutes Wirken angebrochen unter uns hier auf dieser Erde. Ich sage bewusst angebrochen, weil der Himmel auf Erden noch nicht ganz voll durchgebrochen ist. angebrochen. Man kann das vergleichen, Gottes Reich unter uns, das angebrochen ist, mit dem Anbruch einer Schönwetterperiode, wenn ein Hochdruckgebiet angekündigt wird. Das ist ja so, jemals so, es war allerdings diesen Sommer nicht so, aber wenn man so wochenlang in einem Tief sitzt, da regnet es und ist dunkel und grau und kalt und feucht und dann kündigt der Wettermoderator oder Buchli ein Hochdruckgebiet ab, an. Schönwetterperiode. Es bricht ein, es bricht an. Und in den Bergtälern ist es eindrücklich zu beobachten. Das kommt ja nicht schlagartig von jetzt auf den anderen Moment, das Hochdruckgebiet, obwohl es schon da ist. Es braucht noch ein bisschen Zeit. Und das ist, wie gesagt, in den Bergtälern zu beobachten, wenn sich dann die dichten, nebligen Wolken plötzlich anfangen, sich zu lichten. Man sieht den blauen Himmel noch nicht, aber so nicht mehr ganz so dunkel und zwischendurch kann man die Sonne so punktuell sehen, so leuchtend, aber man sieht sie noch nicht. Und man spürt schon ein bisschen die Wärme. Und dann kann es sein, dass plötzlich die Wolkendecke an einem Ort aufreißt und ein Sonnenstrahl dringt durch. Ah, herrlich. Siehst du das Blaue? Und die Sonne wärmt und alles erscheint im Glanz der Sonne, die ganze umgeben. Das ist herrlich. Und dann kann es sein, dass der Himmel plötzlich wieder zugeht. Dann wird es wieder dunkel. Es kann sogar sein, dass es nochmals zu regnen beginnt. Kann man sagen, ja Bucherli, wo ist das Hochdruckgebiet? Das ist da. Das sind nur noch so letzte Kapriolen, Schlechtwetter- Kapriolen, die der Schönwetterperiode Platz machen müssen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der ganze Himmel tiefblau erscheint. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Gottes Reich die ganze Welt mitsamt der ganzen Natur im Lichtglanz der Herrlichkeit Gottes erscheinen wird. Also Gottes Reich, Gottes gute Herrschaft ist in Jesus Christus unter uns angebrochen und wird bereits ein Stück weit erfahrbar, wo Menschen bei Jesus Christus Frieden finden. Frieden mit Gott, wo Menschen bei Jesus Befreiung finden aus Gebundenheiten. Es gibt so viele Gebundenheiten, denen wir ausgeliefert sind. Befreiung von Zwängen, Befreiung von Ängsten, Befreiung von Leere, von Hoffnungslosigkeit, Befreiung von Belastungen, von Schuld, aber auch Heilungen von physischen und psychischen Krankheiten, wie auch Kraft, Frieden, Trost, Hoffnung wenn Heilung ausbleibt. Der Himmel ist noch nicht ganz hier. Und wir mit Krankheit, Schwachheit und Tod konfrontiert werden. Erleben wir bei Jesus Kraft, Trost, auch das auszuhalten. Gott lässt Menschen bei Jesus Christus Heilung und Befreiung finden, auch heute noch. und das ist das Faszinierende. Hören wir noch, wie viel Jesus Christus unter uns wirkt? in unserem medialen Zeitalter gibt es ja viele Möglichkeiten von Gottes Wirken zu hören, so zum Beispiel über das Format Fenster zum Sonntag auf SRF 2. Ich weiss nicht, ob ihr das hört oder seht, ich nicht oft, aber manchmal falle ich in diese Sendung hinein. und es berührt mich doch immer wieder, was Menschen da erzählen, wie sie Jesus erlebt haben. Erstaunlich ist. Oder auch das E-Reformat Mensch Gott Begegnungen zwischen Himmel und Erde, das ist eine Talksendung auf Bibel TV, ich weiss gar nicht, ob das noch ausgestrahlt wird. Ich erinnere mich noch gut an einen Talk, den ich zufälligerweise gesehen habe. Es ging da um einen 35-jährigen Mann, der spielsüchtig war und es mit seinen Zockereien auch zu etwas gebracht hatte. Es gibt ja auch Spielsüchtige, die machen nur Schulden, aber er war offensichtlich sehr erfolgreich. Mit seiner geschiedenen Frau hatte er ein gemeinsames Kind, das er jeweils von Samstag auf Sonntag hütete. Am Sonntagmorgen musste er jemals das Kind seiner Frau übergeben. Und die Übergabe des Kindes fand in einer christlichen Gemeinde unmittelbar vor dem Gottesdienst statt, weil seine Ex in dieser Gemeinde sonntags den Gottesdienst besuchte. Nach der Übergabe ging der Mann jeweils auf direktem Weg wieder ins Spielcasino. Als ihn jemand aus der Gemeinde mal ansprach und versuchte ihn doch zu dem Gottesdienst zu kommen, zu bleiben, in den Gottesdienst Traum zu kommen, da hat er diesen so fertig gemacht, ihn so abgekanzelt, dass keiner mehr getraut hat, ihn anzusprechen. Also es war, man verbrannte sich nur die Finger. Lass diesen, der ist völlig schräg drauf, der ist völlig weg. weg. Und dann passierte es, an einem Sonntag war seine Ex noch nicht in der Gemeinde und er war gezwungen zu warten und das Kind zu übergeben und er regte sich fürchterlich auf, was wieder mit der alten ist da, mit seiner Frau Ex. Konnte nicht ins Spielcasino und er musste warten und während er wartete so vor der Eingangstüre in den Gottesdienst Saal begann der Lobpreis im Gottesdienst. Als eine Band spielte und die Gemeinde sang zu Gott und drückte ihre Dankbarkeit aus und wertschätzte Gott in seiner guten Art, wie er Gutes tut, mit guter Musik und während des Lobpreises berührte Jesus sein Herz. Ihr Lieben, Lobpreis im Gottesdienst, das ist nicht so ein unnötiges Beigemüse, das man muss aushalten, weil es so modern ist und die einigen wollen das. Auch durch den Lobpreis wirkt Jesus. Das hört man immer wieder. Es gibt Menschen, die nicht vom Verstand her den Zugang finden, aber über ihr Herz, über Emotionen. Und während er den Lobpreis hörte, wurde er emotionell überwältigt und konnte seine Tränen nicht mehr zurückhalten. Gott holte ihn wirklich ein. Er gab seinen harten Widerstand auf, sein hartes Herz zerbrach, es wurde weich und er öffnete sich für Jesus und er fand Befreiung aus seinem elenden Leben, aus seiner Spielsucht. Er lebte, wie Jesus sein Leben und seine Beziehung neu machte. Als dieser Mensch so erzählte, man konnte es fast nicht glauben, was der durchgemacht hat. Ich könnte jetzt stundenlang weitermachen mit solchen Nachrichten und ich bin überzeugt, jeder von uns hat auch so eine ähnliche Geschichte, wo du sagen musst, da hat Gott gewirkt, das kann kein Mensch. Ihr Lieben, darum reißt der weltweite Strom nicht ab von Menschen, die zu Jesus finden und in der Begegnung mit ihm heil werden, Gottes gute Herrschaft in ihrem Leben erfahren. Etwas Besseres kann einem Menschen nicht passieren. Wenn er Jesus findet, wenn er von Jesus hört und wenn Jesus so wirkt, dass ihm sein Herz aufgeht. Kannst du von diesem Guten berichten, dass du in der Begegnung mit Jesus Christus erfahren hast? Hören das Menschen? Damit komme ich zu einem dritten Punkt des Wirkens Gottes. Gott wirkt durch das Leben der, die Jesus Christus dienen. Wir haben jetzt immer vom Wirken Gottes geredet, aber er braucht auch uns. Wenn Gott unter uns Menschen wirkt, beginnt Gott Menschen in sein Wirken hinein zu ziehen. Gott wirkt durch Menschen, nicht ausschließlich, er kann auch ohne Menschen wirken, ganz klar. Aber in diesem Fall, wenn es darum geht, Menschen zu Jesus zu ziehen, braucht er Menschen, wirkt er durch Menschen. Das wird auch in unserem Predigtext deutlich. In Vers 8 finden wir eine ausschlaggebende Begründung, warum Menschen zu Jesus Christus sich hin aufmachten. Es steht hier, weil sie hörten, wie viel er tat, kamen sie zu ihm. Sie kamen zu Jesus, weil sie hörten, wie viel er predigte. Nein. Sie kamen zu ihm, weil sie hörten, wie viel er tat, nicht wie viel er predigte. Wie viel er tat. Die Menschen damals suchten die Begegnung mit Jesus, weil sie von seinen guten Taten hörten. Und meine Frage, woher hörten denn die Menschen von den guten Taten Jesu? Woher? Ist klar, es steht hier nicht, aber das ist logisch. Sie hörten es von Menschen, die mit Jesus und seinen guten Taten in Berührung gekommen sind. Man redete untereinander. Das war Tagesgespräch. Man redete untereinander von Jesus, man redete untereinander von seinen guten Taten. Und die müssen davon ausgehen, dass auch viele von Jesus und seinen guten Taten redeten, die es nur vom Hören Sagen hörten. Das ist ja auch so, auch unter uns. Wenn du etwas Gutes gehört hast von einem Menschen, der etwas Gutes erfahren hat, dann erzählst du das dem Ersten. Du, probier es mal, ich habe gehört von diesem, muss es nicht einmal erlebt haben. Wenn Menschen oder wenn Gott Menschen zu Jesus zieht, wird der Mensch in sein Wirken hineingezogen. Das ist spannend. Dann beginnt Gott in seinem Leben und durch sein Leben zu wirken. Nochmals, das geschieht auch durch Menschen, die noch gar nicht so nahe bei Jesus sind. Auch die gebraucht Gott, kann Gott gebrauchen. Meine Frage, wie macht Gott das? Wie bringt er das bei den Menschen fertig, dass er ihn in sein Wirken hinein ziehen kann? Und was muss der Mensch, was müssen wir tun, damit das geschieht? Was müssen wir tun, damit Jesus uns in sein Wirken hineinzieht? Wie können wir Gottes Wirken in unserem Leben erfahren? Wie Gottes Macht zeigt uns Markus in seinem Evangelium, wo er beschreibt, wie Jesus Menschen beruft und in einer überschaubaren vermintlichen Lebens- und Dienstgemeinschaft zu seinen Nachfolgern macht? Ich habe dieses Evangelium, das Markus Evangelium einmal ganz bewusst auf diesen Aspekt hingelesen. Da heißt es, wie Jesus am Anfang seine Jünger ruft, um sie zu Menschenfischern zu machen. Und dann dachte ich mir, ja, Jesus, jetzt will ich aber wissen, wie hast du das gemacht? Ich will auch ein Menschenfischer sein und ich möchte auch helfen, dass andere zu Menschenfischer werden. Wie hast du das gemacht? Dann wurde mir bewusst, ja, lies das Markusevangelium, da steht es. Wir sprechen heute von Jüngerschaftskursen oder Jüngerschaftsschulung und die unter evangelikalen Christen ganz hoch im Kurs stehen, wo man ein vielfältiges Lebens- und Schulungsprogramm von missionarischen Aktivitäten durchläuft. Das kann ein dreimonatiges Schulungs Seminar sein oder ein halbjähriges oder ein ganzjähriges Jüngerschaftsprogramm oder es gibt sogar noch längere. Es gibt vielleicht auch unter uns solche, die solche Jüngerschaftsschulungen gemacht haben. Betrachten wir die Jüngerschaftsschulung Jesu mit seinen Jüngern. Das habe ich eben gemacht im Markusevangelium. Ich wurde ernüchtert, schlicht ernüchtert. Nicht nur deswegen, weil die Jünger permanent versagt haben. Also das Markusevangelium ist ein klassischer Versagensbericht. Zuerst versagen die Männer komplett bis am Schluss versagen. Und dann denkt man, die Frauen haben nicht versagt, aber ganz am Schluss haben sie auch noch versagt. nicht nur deswegen ist das ernüchtert, werden wir ernüchtert bei der Jüngerschaftsschulung von Jesus, sondern wir werden auch ernüchtert, weil wir feststellen, dass die Jünger sich mehrheitlich passiv verhielten. Meist nur die Zuschauerrolle einnahmen. Also ihr könnt mal das Evangelium durchlesen, da gibt es nicht viele Aktionen der Jünger. Es gibt einige wenige. In diesem Text, den wir vorher gelesen haben, das ist die erste Aktion. Vorher bis zum dritten Kapitel, da machen die Jünger schlicht nichts, als Jesus hinterher laufen, das ist nicht viel. Oder sich bei Jesus aufhalten, das ist auch nicht viel. Sie taten nichts, obwohl sie taten schon etwas. Sie hörten zu. Die hörten den ganzen Tag zu. Die saßen den ganzen Tag in den Stühlen und hörten gute Predigten. Aber sie machten nichts. Und dann hörten sie nicht, nur sie sahen auch, was Jesus tat. Und sie staunten. Also die sättigten sich an Jesus. Sie machten nichts, aber sie sättigten sich an Jesus. Sie waren bei ihm. Punkt. Das ist nicht spektakulär. Nicht wahnsinnig aktiv. Und trotzdem, dieses wenige war für sie, für ihr Leben und ihren Dienst grundlegend. und dann kam endlich der erste konkrete Auftrag von Jesus. Wir haben ihn gelesen. Was war das für ein Auftrag? Ja, ihr wisst das schon. Ich möchte euch jetzt nicht verdächtigen, dass ihr nicht hinhört, wenn wir den Predigtext lesen. Der erste konkrete Auftrag für Jesus macht ein kleines Boot bereit. Ein wahnsinniger Auftrag. Sehr bescheiden. Ein Auftrag, den die Jünger sicher nicht überforderte. Und einen Auftrag, der sie sicher erfüllen konnten. Ein Bötchen bereit machen. Die meisten wussten ja, wie sie mit Schiffen umgehen müssen. Also macht Jesus ein Boot bereit. Der erste Auftrag. Spannend. Ein kleines Boot für Jesus bereit machen. Jesus überfordert uns nicht in dieser Jüngerschaft Schulung. Das habe ich festgestellt, das hat mich sehr ermutigt. Das sind bescheidene, aber sehr entscheidende Aufträge, solche Bötchen Aufträge. Das sehen wir bei den Jüngern, sie mussten für Jesus das Boot bereit machen. Warum? Warum denn eigentlich? Hatte er Lust, mal zwischendurch auf eine Schifffahrt, so auf dem Zürichsee mit dem Raddampfer? sie mussten das Boot, das Bötchen für ihn bereit machen, damit er in seinem Wirken nicht mehr von den vielen Menschen behindert wird. Das Wirken von Gott in Jesus Christus wurde von diesen vielen Menschen behindert. Das ist eigentlich wahnsinnig. Wir können dem Wirken Gottes im Wege stehen. Jesus wurde gestoßen, Jesus wurde bedrängt, er wurde behindert. Darum dieser bescheiden Auftrag, mach dein Boot für mich bereit. Jesus dienen heißt die kleinen Dinge in unserem Alltagsleben. Das Boot der Jünger, das war ihr Alltags Instrument. Jesus dienen heißt die kleinen Dinge in unserem Alltagsleben, die Jesus in seinem Wirken hindern, aus dem Weg räumen. Damit er wirken kann. Ihr Lieben, genau darum geht es in der Zusammenarbeit mit Gott im Dienst für ihn. Wir dienen Jesus, damit er uns dienen kann. Damit er durch uns es tun kann. Das ist unser Anteil. Es ist wenig, aber es ist das Entscheidende. Wir dienen Jesus, damit er uns dienen kann. Wir dienen Jesus, indem wir Hindernisse aus dem Alltag, aus dem Weg räumen, indem wir Wege bereit machen für ihn, indem wir Räume schaffen für ihn, damit er durch unser Leben wirken kann. Ein Boot für Jesus bereit machen, damit Gottes Liebe unter uns nicht gestoßen wird, damit Gottes Liebe unter uns nicht behindert wird. Ein kleines Boot für Jesus bereit machen, damit die Liebe Gottes unter uns nicht bedrängt wird, sondern wieder Raum gewinnt, damit Jesus in meinem Leben, aber auch im Leben von uns als Gemeinde wirken kann. Das ist herausfordernd. Ich musste mich fragen, sehe ich diese Boote, diese kleinen Schifflein im Alltag, die ich für Jesus bereit machen soll, damit er wirken kann. Hören wir seine Stimme, die uns auf solche Boote hinweist, wo er in unserem Leben behindert wird, zu wirken? Ein letzter Gedanke über Gottes Wirken, Gott bleibt in seinen Wirken souverän, was uns Vertrauen lehrt. Es gibt noch einen zweiten Grund, er hängt mit dem ersten Grund zusammen, weshalb die Jünger für Jesus ein Boot bereit machen mussten. Sie mussten es tun, damit die vielen Menschen, die bei ihm Heilung und Befreiung fanden oder suchten, dass sie sich nicht mehr auf ihn stürzten und ihn festhalten konnten. Wohin das führt, wenn Menschen versuchen, Gott für sich zu freinahmen, ihn festzuhalten, das beschreibt Markus hier mit einem handgreiflichen Durcheinander, wo sich auch das Dämonische in und unter uns Menschen manifestieren kann, wo Jesus letztlich als Sohn Gottes nur verschrien wird. Lieben, man muss nur einmal so Internet Predigten hören. Oft muss ich feststellen, da wird nur noch Jesus als Gottes Sohn verschrien. Das war damals ein wildes Durcheinander. Wir konnten das spüren, als wir diesen Text gelesen haben, dass etwas ganz Komisches passiert. Ein wildes Durcheinander. Aber Jesus entzog sich diesem Vorgang. Jesus entzog sich dem Zugriff des Menschen. Jesus entzog sich dem menschlichen Versuch, ihn für sich verfügbar zu machen. Er lässt sich nicht von den Dämonen vor den Karren spannen. Er lässt es nicht zu, dass sie ihn bekennen. Die einzige Autorität, die ihn in Wahrheit offenbar machen soll, ist der himmlische Vater. Auch wir können Gott nicht vor unseren Karren spannen. Da macht Jesus nicht mit. Wir können ihn durch unser Bemühen, auch wenn es noch so gut gemeint ist, nicht in unser Wirken hineinziehen. Wir denken darüber nach, wie Gott uns in sein Wirken hineinziehen kann. Hüten wir uns vor dem Versuch, dass wir versuchen, durch unser Bemühen Gott in unser Wirken hineinzuziehen. Wir können Jesus nicht festhalten. Wir können ihn nicht in unseren Griff bekommen. Gott bleibt für uns unverfügbar und darum bleibt auch unser Erkennen begrenzt. Wirklich begrenzt. Wir können Gott nicht mit unserem Denken fassbar machen und ihn in unsere theologischen Systeme festhalten und erklären. Gott ist immer grösser und mehr als wir glauben, was er ist. Salomo muss sich das erkennen, als er vor der Aufgabe stand, für Gott ein Haus zu bauen. Also er sagte, wer vermag es, ihm ein Haus zu bauen, denn der Himmel und aller Himmel Himmel können ihn nicht fassen. Da kann auch unser begrenztes Hirn Gott nicht fassen. Gott ist auch kein selekter Esswaren und Getränk Automat, der von uns das gewünschte heraus spuckt, nachdem wir den geforderten Geldbetrag eingeworfen und die entsprechende Tassenfunktion gedrückt haben. Gott bleibt Gott, auch wenn er nicht alle unsere Wünsche erfüllt. Gott bleibt Gott, wenn auch nicht alle unsere Bitten erhört werden. Gott bleibt Gott, auch wenn wir nicht von jeder Krankheit geheilt werden. auch wenn wir mit Schwierigkeiten und Schmerzen leben sollten. Die einzige Antwort darauf, dass Gott uns unverfügbar bleibt im Kontext des Dienens, heißt Jesus Vertrauen, heißt seinem Wort Vertrauen, Vertrauen, die sich für uns hingegeben hat, die sich für uns weggegeben hat, die sich für uns in den Tod gegeben hat. Jesus will uns dieses Vertrauen lehren und uns in dieses Vertrauen hineinziehen. Ich bete. Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass wir daran erinnert werden, wie gut du bist und welche Taten du unter Menschen gewirkt hast. Und wir danken dir, dass wir auch heute noch von Menschen hören, denen du begegnet bist, die dir begegnet sind, die heil geworden sind. Wir danken, dass es unter uns noch geschehen darf und wir wünschen es uns, dass das noch in einem größeren Maß geschehen darf. Ich bitte dich für diese Kirche hier, die baut, dass genau das geschehen darf, dass sie das erleben dürfen, dass du Menschen siehst, Vater, dass du Menschen zu deinem Sohn siehst. Und wir möchten uns auch dieser Herausforderung stellen, uns von dir gebrauchen zu lassen, uns ziehen lassen in dein Wirken hinein. Und darum hilf uns, diese kleinen Bödlein, diese Schifflein zu erkennen und sie loszubinden, damit du wirken kannst. Hilf uns darüber nachzudenken, was das ganz konkret für jeden Einzelnen in seinem Alltag bedeuten kann. Wir bekennen dir, dass wir nicht viel tun können. Wir möchten unsere leeren Hände öffnen und dich bitten, fülle du sie. Herr, wirk in und durch unser Leben. Wir möchten nicht als solche befunden werden, die vergebens laufen. Danke vielmals, dass du dich erbitten lässt, dass du uns hörst und uns an deine Hand nimmst. Amen. Amen.